Okay, jetzt Papa ist lieb, ne? Finde ich auch. Ich akzeptiere dein Angebot zum Abendessen und für einen Kinofilm. Vielleicht möchte Chloe mit. Ich rufe dich später an. Ach, das ist ja süß. Die beiden sind tatsächlich niedlich zusammen, finde ich. Leiser? Leiser? Heißt doch Leiser, oder? Oder nennen sie ihre Pflanze Lisa? Eigentlich wäre es Leiser. Hallo Rice, grüß dich. Und Dankeschön Snyder. Ökoapokalypse? Apokalypse, wollte ich sagen, nicht Akopalypse? Bis vor kurzem war Acadia Bay eine ältische Ecke an der Küste Oregons für Fischer und Touristen. Die Stadt, in der die Zeit still steht, befindet sich seit Anfang der Woche im Auge eines ökologischen Sturms. Nach einem unvorhergesehenen Schneefall, einer nicht vorhergesagten Sonnenfinsternis, toten Vögeln und einem halben Dutzend gestrandeter Wale wird das seltsame Wetter Acadia Bay jetzt von prominenten nationalen und internationalen Wissenschaftlern studiert. noch unglaublicher als diese Öko-Phänomene ist die Tatsache, dass nicht ein einziger Meteorologe auch nur eine stichhaltige Theorie oder einen Grund für das atmosphärische Chaos geliefert hat. Mehrmals hat die Wegsterben verbuchselt, genau. Ach guck mal, ist wieder kaputt. Will ich mir das angucken? Ach, das ist so doof, wenn man das nicht sieht. Haben wir hier noch was? Die Schaukel wahrscheinlich, oder? Ne, okay. Da war auch gar kein Fenster vor. Das haben sie dann noch eingebaut dafür. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was wir machen wollten. Oh, da ist David. Mal gucken, was er sagt. Mal gucken, was er sagt. Sorry, but this is my official man cave, so no girls allowed. Oh, that makes me sad. It was so incredible to see William again. I wish Chloe could, too. Anything I can do for you, Max? I, I was just waiting for Chloe to get out of the bathroom so we can go. I owe you one. So I'll pretend what you just said is true, Missy. Excuse me, that's Miss Caulfield. Yes, sir. You and Chloe still better be careful where you wander. There are a lot of dark places in Arcadia Bay. What do you mean by dark places? I can't tell you everything that's going on at Blackwell. And you've seen too much already, so please stay out of this, Max. Too late. I already know way too much. So, do you and Nathan Prescott... Nathan Prescott? That little shit ass is lucky he didn't get suspended. I don't think luck had anything to do with it. I could have been suspended, too. I didn't have all the evidence at the time. I... I am sorry, Max. Anyway, I think we can both agree it's been a hard week on all of us. Especially poor Kate Marsh. I tried to help Kate. You tried to help her more than anybody, Max. I sure didn't. Plus, I left that goddamn dorm roof wide open. I knew Kate was feeling desperate. You even made it to the roof before me or anybody. I knew Kate was desperate, too. So did Mr. Jefferson. And I got him suspended for what? That guy is an elitist prick. And I'm off duty, so I can say it at home behind his back. Like when Chloe calls me step-douche. These artists live in a fantasy world. Jefferson can be pretentious, but so can I. He's been a big influence on my photography. That's exactly what I'm talking about. Elitist. Well, Blackwell Academy is a school for artists. So, maybe this isn't the best place for you. I have a family here, Max. And I think Blackwell is the best place for me. Since only I know what's happening. That's why I'm working out the new Blackwell surveillance plan. To protect future students. So they don't end up like Rachel Amber and Kate Marsh. Although, you're like a walking surveillance system. I appreciate you standing up for me. But I have to be a hard-ass and tell you and Chloe to stay the hell out of this. Things are just gonna get more ugly. Chloe and I... We can take care of ourselves. Now, excuse me, Max. I have to get back to my camera. See? I'm an artist too. So, das fällt bestimmt nicht auf. I promise I'll help Miss Grant next time. If there is one. David really did protect Chloe. Hey, Andy. I'm glad I stuck up for him. Ich wollte dich bloß wissen lassen, dass Chloe in der betreffenden Nacht mit mir unterwegs und nicht in Blackwell war. Ich wünschte fast, sie wäre dort gewesen, weil ich sie wieder mit Tasch erwischt habe. Also musste ich ihr eine Predigt halten und sie mit Rausschmiss drohen. Wie du ja weißt, glauben diese Kinder immer, ihnen steht alles zu. Ich wollte dir nur Bescheid sagen, damit Chloes Mutter nicht glaubt, ihre Tochter sei in ihre alte Schule eingebrochen. Chloe reagiert heutzutage allergisch auf Bildung. Danke und lass uns bald im Tour de Wails frühstücken gehen. Ich lade dich ein. Oh, ist ja nett. Voll nett. Dass er ihr den Rücken frei hält. Und deswegen hat er bestimmt auch Nathan vor dem Rausschmiss bewahrt, weil er eben irgendwie den Rücken gedeckt hat. Und das ist, glaube ich, das Einzige. Ich glaube nicht, dass er irgendwelche Sympathien für den hegt. Zumindest nicht so, wie er sich über ihn ausgelassen hat gerade. Hallo, Niverius. Ich muss kurz gehen. Und Lorentzel. Hi. Ich bin ehrlich rüde. Vielleicht, weil die Nase so zu ist. Das könnte es auch sein. Hallo, Jailguard. Und Farodin habe ich, glaube ich, auch nicht gewusst. Ich mag David tatsächlich auch. Er ist zwar streng, aber ich glaube, er ist kein dummer Mensch. Er ist ein bisschen zu engagiert, was den Kram angeht. Aber ich glaube, er meint es gut. Richtig geil reingenupfelt, ich meine. Danke schön für den Recept. Wir kommen zurück. Danke schön. Was haben wir denn hier noch Feines? Oh, die schießen wir hier hinzu. Ich weiß ja, du bist ja auch noch ein Kind. Ich glaube, wenn... Also ich glaube, die meisten Leute können... Wenn sie älter werden, verstehen, wieso David so reagiert. Wie sie auch wahrscheinlich nicht groß verstehen können. Oder vielleicht schon verstehen, aber... Nicht mehr so... Nicht mehr so dahinter stehen, was Chloe macht. Eisen Herbert meistens gegen 18 Uhr. Manchmal ein bisschen später. Ich versuche manchmal auch früher. Manchmal wird es auch 20 Uhr. Ist unterschiedlich. Sie versucht aber 18 Uhr, genau. Achso, sie will wirklich hier rein? Was müssen wir jetzt zurückspulen? Ach du Scheiße. Ich erinnere mich an eine Zeit, aber ich glaube, das ist nicht richtig. Scheiße. Aber ganz vorsichtig, Madame. Können wir das wieder zurück machen? Ja, ne? Aber ganz vorsichtig mal da raus. Sehr gut. Ich glaube nämlich, dass das Wichtige ist, wo das steht. Ähm. So, den Schlüssel wollte sie suchen, ne? Ohne Mama ist da. Da ist der Schlüssel. Muss ihn ja, ne? Ups. Ich wünschte, ich wüsste die Zeilen noch. Das lag ja rum. Ich finde, ich finde, dass du aus seinem Kaffee gehst. Ich freue mich, dass du dich für mich standen. Achso, ich wollte mit ihm reden. Garmin, das stimmt aber auch richtig. Die sind doch einfach... Die sind doch einfach... ...vom Himmel gefallen. Was ist das? Das ist ganz schön teuer mit 240, oder? Wir können uns hinsetzen. Ich bin nicht immer so, wie es ist. Ich bin in diesem ganzen anderen Realität. Aber ich weiß nicht, was passiert. Die mehr ich benutze, meine Macht, die mehr ich sehe, wie wenig Kontrolle ich über was passiert. Jetzt Max Caulfield existiert in zwei oder vielleicht drei unterschiedliche Realitäten. Wie kann ich ein Destin haben, wenn diese Alternativen Leben existiert? Ich liebe das Gefühl, dass William und Joyce finden Chloe so ist. Thinking über all diese Lifelines macht meine Kopfhörer weniger als die Rewind. Ich finde ein gutes Mehrgang im Menü ist gar nicht so teuer. Wenn ich essen gehe, kostet das maximal 30 auch. Mit Getränk. 260 Dollar für zwei Personen. Da kann ich unsere ganze Familie mit einladen. Also meine ganze Familie, wie auch immer. Meine, unsere, also nicht unsere Familie, meine Familie. Ah. Kenny, bist du das? Oh, sie ist hinter der Dusche, ne? It's amazing, how much drama this living room has seen. Gotcha. Der kennt. Und jetzt schnell weg. Oh. Gott sei Dank. Hat geklampt. Mmh. It's amazing, how much drama this living room has seen. Finde ich aber auch Gommaso. Oder Gommaso? Ich bin mir nicht sicher, wie ich es aussprechen soll. Ich finde das Hinsetzen auch ganz klasse. Die Kameraführung oder die Einstellungen sind super toll. Und dann erzählt sie immer noch ein bisschen was. Ein viel mehr. Wenn ich mit meinem Kumpel zum Griechen gehe, lege ich auch Maximum bei 30 Euro Hauptgang. Und Getränke, ja. Das hört er bestimmt auch gar nicht. Sie weiß was? Aber das steht da unten. Das ist ja doof übersetzt. Weil das ja nichts, also... Koordinaten. Mmh. Okay. Die kann ich natürlich gar nicht einordnen. Oh, er hat auch uns fotografiert. Warte mal, das ist... Wessen Wagen ist das? Das ist nicht Chloe's. Twilight Zone. Schöter. Okay. Das ist aber... Hat nichts mit der Dunkelkammer zu tun, ne? Schöter. Schöter. Chöter. Schöter. Mal zurück nach Chloe. now. Hallo? Es sind Kate, Nathan und Rachel. Plus, es sind ein paar Location-Koordinaten. David ist ein ein-ein-man-Surveillance-Armee. Jetzt gehen wir die Hölle raus, bevor wir getrunken werden. Jetzt gehen wir herausfinden, was Nathan is hiding in his room. Wir müssen extra bemerkbar sein. Max, jetzt ist es Zeit, für Nathan Prescott zu uns zu befreien. Chloe's Pick-up in der anderen Realität war rot, aber der hier ist halt so total verrostet. Hey, Max, wie geht's dir? Oh, hi, Mr. Jefferson. Ich bin okay. Um, und das ist mein Freund, Chloe. Ja. Chloe? Why isn't somebody as cool as you going to Blackwell? I was way too cool for this school. It's a long story. In actual files here. I can imagine. Max, are you sure that you're all right? It's weird just being on campus like everything's normal. I know. Lame as it sounds, life has to go on. I think there's too much going on in my life. On that note, Blackwell duty calls. Remember, I'm going to announce the winner of the Everyday Heroes contest. tonight at the party, so I hope you'll be there to celebrate, even though I'm sorry you didn't enter a photo. I understand your reasons. You can't force an artist to work. So, you don't hate me for what I said to the principal? I'm proud of you for caring so much about a troubled friend, and I take hope in the fact that you have plenty of time to find your way. Just get in the habit of putting your work out there. Thanks, Mr. Jefferson. I'll definitely be there tonight. Me too. I'll be Max's date. You better dance with us at least once. Nobody should have to see me dance. Plus, you don't want to watch the old hipster trying to keep up with the kids. I have some pride. Be seeing you. Yes, you will. Hot floor teacher. Rose! You're out of control. Not yet. Just wait until the rager tonight. Shut up. Don't be jealous, because Mark Jefferson thinks I'm cool. I am so ignoring. Fine. Since I'm here, I'll see if I can get some dirt from Justin. I haven't talked to him in a while. Now that is a great plan. Let's see if I can find out where Nathan is. Chloe's pick-up war auf jeden Fall, als sie uns da gerettet hat von Nathan, äh, weil, weil, da war er röstig. Definitiv. So, wo ist, äh, hier Madame Riedballer in den Kopf? Die muss doch hier irgendwo sein. Hm, mit dem können wir nicht reden. Ich seh sie nicht. Wie soll sie denn dann irgendwas in den Kopf kriegen? Justin, it's been so long since I've seen you. Because you're way too cool for us now, Chloe. Way too much shit going on, man. Try going to Blackwell. You don't see. So I hear. Can you word at all, Rachel? I miss her laugh when I bail off my board. She was probably high. Yeah, she had the sick nugs. True that. Okay, I have to bounce. Come hang with us at the park sometime. Sprech mal mit den anderen Leuten eher. Was sind du gewollte? Wo ist alles da? Ja? 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 Warulf win. Ja? Malady, cringe-cringe. I like this revolutionary Daniel DaCosta. Only if I can start the revolution from my sketchbook, Max. By the way, have you seen Nathan Prescott? You mean lately? Like, any time today? I saw Jefferson talking with Nathan a little while ago, but I try to stay out of his way. I have enough assholes to deal with here. Let's talk later. Okay, Daniel? Hallo, Mia. Sind da wertgeschrieben, jetzt habe ich das T-Shirt gesehen. Mia Cry. Komm her, Mia. Hey. Ja, da sind zwei kleine Katzen. Aber weißt du was? Mein Show ist jetzt frei. Hi. Mia, komm her. Ja. Kommst du hoch? Ja. Willst du nicht? Mia? Nee? Ja, nicht. Ja, dann legst du am Boden, wenn du willst. Oh, hallo, Blanus. Was hast du? Willst du da hoch? Okay, komm her. Komm her. Wir machen gleich weiter. Komm her. Mia. Du bist ein Eumel. Mit den beiden rede ich als erstes. Was haben wir denn hier noch? Was ist das? Oh, ist das fies. Oder und das Pimmeln. Aber das ist fies. Du musst. Du bist so gemein. Die Mia wollte auf mein Schuss. Keine. Du. Die ist so eifersüchtig, ne? Die ist so eifersüchtig, ne? Die ist so eifersüchtig. Immer wenn irgendeine andere Katze da ist, kommt sie sofort auf den Schuss. Und sagt, ah. Fahrchen. Aber ich lieg doch hier. Wieso sollte denn eine andere Katze auf deinen Schuss kommen? Hm? Ah, Will. Du kannst halt da geschlafen auf dem Stuhl. Jetzt sind sie beide wach geworden, weil Mia reinkam. Wo ist Alissa? Ich weiß nicht, aber das war gemein. Der spruchte. Voll fies. Hallo Max, grüß dich. Oh, das ist ja fies. Das ist ein Pimmel. Ähm. Maxa, danke für den Reserv. Wir kommen zurück. Wir kommen zurück bei den Masketieren. Dankeschön. So, wie gesagt, mit dem wollte ich jetzt erst sprechen. Mit denen kann... Ah, da kann ich sprechen. Enjoy the big game, Zachary. I hope it's not the last. Hier, es ist Brooke. Ich hab nämlich die Drohne schon gesehen. Und da sind die Lehrer und der... Was? 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 Oh Gott. Oh Gott. Ich mach's bestimmt kaputt. Wie steuert man die? Achso, sie macht das automatisch. Okay. Oh. Alles gut. Tschüss. Ja, jetzt kannst du wieder gehen, wo die Mia weg ist, ne? Alles deswegen Kopfschmerzen daheim geblieben. Oh, da ist ein Eichhörnchen. Das hab ich noch gar nicht gesehen. Wo ist Alyssa, wenn man sie braucht? Wie soll ich sie dann treffen, wenn sie nicht da ist? So. Du hast so ne tiefe Stimme. Sofort, wenn ich mir das Eichhörnchen angeguckt habe. Hallo! Kann ich kein Foto machen heute? Wie ein Wissenschaftler, bin ich fasziniert. Wie Michelle Grant, bin ich sehr froh. Arcadia Bay ist auch gefährlich. Schau mal das Wetter. Und die Tiere. Nicht zu erwähnen, poor Kate Marsh. Wir müssen alle nachdenken für uns alle diese Tage.